Auf die schönste aller Rennstrecken geht es nun an Bord eines BMW 1er M Coupé von Lingenmann Motorsport, die seit mehr als 25 Jahren rennsportlich aktiv sind und bereits zahlreiche Klassensiege in der VLN erringen konnten. Auf diese Runde beim Freitagstraining zu VLN Lauf Nummer 10 nimmt uns mit Christian Leutheuser, Fahrer und Mechaniker in Personalunion. Die Kamera ist direkt am Frontsplitter angebracht und zeigt uns eindrucksvoll, wie ruhig das Auto bleibt, also wie gut die Fahrzeugbalance des 1ers ist. Immerhin auf einem 7-Post-Rig abgestimmt, einem Fahrwerksprüfstand wie ihn auch die Formel 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020